say a prayer send the world ja es ist der server wie heißt der server regiment 42 german language and mike only utah beach server beitreten auffällige spieler werden gekickt oder gebannt ich würde uns als auffällig bezeichnen wiederum spacken so morgen wo ist der boi wir haben einen spieler der heißt tank ist ein kleiner jungen aber die front mit dir los Szenar Schein Auf geht's Burden Szenar Schein er trägst du hast das ist sehen oder die kugel der trifft ihr mit jedem schuss oder die freaks der halbwegs bin schon fast tot ich sehe auch keinen weg wie ich dich dabei unterstützen könnte die schießen so krass auf mich hier ich sehe es und ich höre es aber ich weiß nicht woher das ist der erpanzer weiß es nicht die auf jeden fall neben die gleich kriegen wir in so einen headshot rein ich wusste doch der panzer ich habe keinen schaden der war auf mich schießt es ist wo ich bin rechts von mir ich sehe nichts wo ist der hilf mir hier irgendwo alter das war knapp man also ja wie im dschungel hier ja wie ich hab den nicht getroffen du ertrinkst alles klar wunderbar ich kann dich nicht mal mehr in discord anrufen ist alles im arsch was ist denn hier passiert komm ich ja wieder raus was ist das alter ich sag mal was ist das so ein dreck spiel eigentlich alles klar work in progress jetzt fängt das auch wieder an so ein müll das brauche ich nicht mehr kamerad was los kamerad alter kamerad pass auf da sind wir einfach drin macht alles sinn oder ist einfach neu gestartet dicke ich habe hier ein place gefunden ich habe hier so viele schon gefickt man habe ich auch da vorne da kann man die richtig gut weg holen ja genau hier wo du auch bist pass auf hinter uns da ist einer das ist ja cool gemacht ich bin im wasser verwundet worden da war ich unter wasser stand dran wo er trinkt wenn man weniger zeit mich zu setzen ja cool überlebt oder noch her flanken die alle hin da ist nämlich auch kein altes auch von uns muss man halten halten ok im schild und dann ist eine angst schlichen kommen habe ich einfach von hinten den kopf geschossen ja das ist so viele mann da kommt er da ich habe ihn ab 1 alter mann ja die killen hier den sporen alter links von dir oder so ja die flanken hier wussten unser team alter spaßt nicht kommen in deine richtung quasi aber da lausche eigentlich mit dem feind mit oder ja will ich ja sogar naja hast du auf jeden fall backup vom plan b81 also einfach meine netten einlassen ist auch nicht schlecht machst nicht noch ein weg ich weiß aber nicht ob das leichten oder oder spieler zweifelsfall drauf schießen ich bin da und da hat irgendjemand aus deiner richtung das ist genau dahinter ich sag kommt man ja nicht drüber weil er nicht klettern kann schließt einfach durch alter schließt du haule plan vorsicht die deckung dann kriege ich einen ganz nassen arsch mann ich tun kommen dann da fährt auch ein panzer von uns ist vielleicht ganz gut alter dicker alter dicker da scheint sauber warte mal auf unseren kameraden da sind keine mehr Alter, was ist denn? Das nervt langsam, so krass. Ja, da vorne liegen auf jeden Fall die Leichen. Ich versuche, ob ihr den gefickt habt, sobald ich. Ich habe anscheinend auch eingefickt. Ich habe da einfach Nike Olsen, habe ich ihn anscheinend erwischt. Ich bin hinter dem Ball. Ich führe, dass die irgendwo von links kommen, aber die Lokis. Granate fliegt. Wir müssen nach vorn. Ja, wir sind schon weit hinten, gell? Ja. Was ist denn das, Mann? Das nervt nur noch, Mann. Ich glaube, wir sollten uns mal nach einer Alternative umsehen. Ja. Da war ja Skype noch besser. Das soll was heißen. Jo. Ich sehe jetzt zumindest gerade gar nichts. Kann natürlich sein, dass die das gleiche machen, ja. Jetzt werde ich schon beschossen. Ich weiß auch nicht, wo. Ich habe einen, oder? Er hat überlebt, ja. Also er ist genau hier, wo du auch mal kiert hast, immer noch. Da müsste ich ja von der Seite vielleicht jetzt ganz gut reinsehen. Er schießt gerade auf mich noch. Okay. Jetzt muss doch mal ein Anpass sein. Da ist einer. Ab einen. Ich schmeiß Kanaten rein. Ich schmeiß Kanaten rein. Oh und zu. Kanade raus, oh und zu. Da ist noch einer. Digga. Da ist einer. Ich habe Kanaten reingeschmissen. Boah, ich habe mal einen Headshot, Alter. Einen High Snake schossen. Ich habe ihn da. Der ist kaputt. Der ist am Ende. Der ist wahrscheinlich so unter Druck gesetzt. Als er nicht kriegt. Ich bin jetzt klar tot. Digga, wir werden nicht vor, Alter. Ich schüsse nicht. Ich bin nur suppressed, eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, ob hier einer ist. Ich mache eine Muni-Kist und schmeiß nochmal Granaten vor. Okay, hier rechts, Alter. Hier ist ein Blitzangriff, Alter. Stumm, oder tot. Hier rechts, Alter. Was macht ihr davon scheiß? An die Front. Jo. Da ist einer, Alter. Da steht der einfach. Von der Mauer, wo du vorhin gehockt warst. Da war der Wichser, Alter. Man, in vielen Mauern schon gehockt. Nein, wir verlieren ihn. Klingt sinnvoll. Ja. Und tot. Und tot. Spawn da nicht. Ein paar Mal auf ihn geschossen. Kommander sagt, das Wort soll Nachschub setzen für Manpower und Munition etwas südlich von hier. Und diese Position sollen wir auch halten. Warte. Jo. Hier ist gleich ganz nahe einer, glaube ich. Da ist einer. Ab ihn. Da ist einer. Ab ihn. Warte auf dich schießen, Alter. Fahne von hinten. Egal. Geben von Feinden. Der Fritz ist der Kommandant. Der hat's bestimmt drauf. Der Fritz. Der bringt's nicht durch die Scheiße, Mann. Ja, Mann. Sorgt dafür, dass wir wieder nach Hause kommen. Also, wie hieß das? 18. Panzerdivision, irgendwie. Hilf für 100 ist das dann. Hm. Was geht's hier ab, Mann? Ach, nein. Nein. Morgen. Ich brauche einen Sani. Boah, Alter. Das war's. Aha! Boah, ich hab 4 Leute! Ich hab 4! Ich fick man! Boah, das sind da viele! Ich hab einen Gerwig fickt, Alter! For the Wilderness! Was ist denn da oben bei einer? Ich hab ihn! 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 Ich basst nicht! Ich basst nicht! JUP!